Willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unseren Horde Jäger. Ja wir wollten gucken wie es weiter geht und das werden wir jetzt erfahren. Wir geben die erste Aufgabe ab. Die zweite. Sehr schön. Was möchte ich? Hauptmann reitet auf zu Raptor und sollen die Tergo zu locken. Okay. Na komm dann locken wir den großen jetzt mal weg. Komm her. Na folg uns, folg uns. Hätten wir auch einfach besiegen können. Und hängste fest. Und bisschen Feuer in die Tergo. Sehr schön. Oh das ist ja fies. Ihr habt es geschafft. Ja natürlich. Das war irgendwie nicht so gut. Ein brennender Raptor. Das ist nicht so toll. Außerdem können wir noch beschießen. Ach die müssen wir beschießen. Entschuldigung. Sehr schön. Ja da haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, dass der ein Skelett wird. Ein riesen T-Rex-Skelett, was uns angreift. Meine Güte. Ne. Nun wartet ihr den hin? Wolltet ihr den hin? Lassen wir ihn mal reiten. Mal gucken bis wohin er reitet. Oh. Können wir uns mal so lange ausstricken. Oh. Das war's schon. So. Dann gehen wir mal die Aufgabe an. Hey Mann. Füße. Was gibt's hier? Einen schönen Ring. Das sind 3. Das sind 20. Das sind 3. Das geht mit Johnny zum Glück. So. Gut. Aufwertung drauf. Ja sehr schön. Ziehen wir die Stiefel an. Oh ein Schatz, ein Schatz. Den holen wir uns mal schnell. Was ist er denn? Im Baum? Im Baum? Ja. Da. Sehr schön. Haben wir auch einen Schatz gefunden. So. Na gucken wir mal. Dann würde ich jetzt sagen. Können wir. Das machen wir noch nicht. Von den Besten lernen. Wo gehört denn das? Welchen Land? Machen wir da hin? Da können wir den Flugpunkt gleich nehmen. Na komm. Dann gehen wir als erstes da hin. Und dann können wir zurückfliegen und zu den Schildkröten. Die Schildkrötenwanderung mitmachen. Wir müssen glaube ich hier lang und den Weg dann entlang. Da. Gucken wir mal. Wo wir da. Wo wir da landen. Oh. Er lebt schon wieder. Er lebt schon wieder. So. Wo ist der Weg hier lang? Da oben müssen wir lang an ihm vorbei. Greift er uns an? Bestimmt greift er uns gleich an. Sag ich doch. Na das ist aber zu langsam. Der Alter. Ah. Der T-Rex. Der kriegt uns nicht. Keine Chance. Da können wir hier schon gleich mal Blüte nochmal einsammeln unterwegs. Sehr schön. Hier vorne ist noch was. Die nehmen wir natürlich auch noch. Wie fehlt denn jetzt noch? 80.000. Na ein paar Aufgaben noch. Hier schon wieder was. Sehr schön. Also noch 20 Blümchen und dann haben wir die Aufgabe auch das Level geschafft. Ob das hinten sitzen gerade gesehen. Uhuhuhu. So. Das ist glaube ich das letzte Land hier. Oh. Da ist auch noch was. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Zack. So. Gucken wir mal. So. Gerade aus müssen. Schon wieder war es ja schön. Verwendet. Verwandelt euch in einer Blume. Damit ihr die Wespe. Kontakt. Ein Fuchsvolk. Wüstenfüchse bestimmt. Muss man was hier machen. Bestimmt hier oben. Da unten. Das stimmt, oder? Achso, die müssen uns abernten, okay. Sehr schön, aufgaben erfüllt, sagen wir mal ein Schatz, ein Schatz, ein Osterschatz, schon wieder weg, ist er wieder da, ist er wieder weg, das ist ein Verarsche, ist er hier unten drin, ja sehr schön, nehmen wir den mal mit, gibt er gar keinen Erfahrungspunkten mehr. So, dann gehen wir nochmal schnell, wenn wir schon hier sind, dann töten wir auch schnell den Sternenmob, der müsste vielleicht hier in der Höhle sein, oder? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall steht hier ein Paladin, ja, ein Sternenmob, nochmal Angriff, den werden wir auf jeden Fall mal erledigen. Dann können wir gleich zum Flugpunkt zurück, zur Ruine fliegen, mal gucken, wo wir erstmal die Pollen abgeben müssen, ich weiß gar nicht, wo das ist, dann gucken, das sehen wir auch gleich. So, gleich haben wir dich erledigt. So, und muss zuerst etwas an, wie sie jetzt erledigt, sehr schön, ich sag schnell aus der Höhle rauslaufen, dann gehen wir mal ab zum Flugpunkt, was ist das denn hier, ein lockerer Stein, okay. Da komm, das looten wir noch hier schnell, zack, lassen wir da hoch, genau, von da sind wir gekommen, nämlich, so, hier lang, und dann fliegt man die Aufgabe nicht ab. Ach so, aber bestimmt, eine Aufgabe für unser Kräuterkundle. So, warum war denn hier jetzt der Flugpunkt, der hat gerade angenommen, hier, da landet er doch. Hallo, ihr da, hallo, ihr da, wollen wir mal zu denen, und dann werden wir uns der Aufgabe zu widmen, trefft euch mit Kisa. Ah, okay, das werden wir auf jeden Fall machen, aber erst mal fliegen wir da kurz hin. Oh, das ist auch wieder ein Sternmob, den werden wir auch noch erledigen. So, und wie viel fehlt, so viel fehlt jetzt gar nicht mehr, ne. Ah, 50, 50, knapp 50.000. 50, ja, schaffen wir, schaffen wir auch noch. Vielleicht nicht in der Let's Play-Folge, aber später, in der nächsten sind wir 120 Jahre, ich gebe Gas, vielleicht schaffen wir es doch noch. Los kommen, lande, lande, auf Mountain. Und den Weg entlang, vielleicht führen wir noch ein paar schöne Kräuter. Gibt es ja hier sehr viele. So, und. Ich würde sagen, wir schaffen das auf jeden Fall in der Let's Play-Folge, ja. Dieses Level, das machen wir. Woher sind sie die ganzen Schildkröten? Hier schon mal ein Graus, was wir mitnehmen. Oh, ne Schlange, ne Schlange. Uh, sie wittert uns schon, wenn wir mal schlafen. Ja, die sieht sehr gefährlich aus der La Conda. Sehr schön, und dann haben wir es auch geschafft, sind wir Level 120. Ein Sternmob, den werden wir natürlich. Oh, komm mal schnell zu den Rand. Was ist er denn im Haus? Ich kann das noch nicht tun. Oh, ich hab da auch mal ein bisschen viel mitgebracht, ne? Glaube schon. Ich kann das nicht angreifen. So, und der Tier heilen. Ich habe kein Ziel. Oh, er ist schon gesiegt. Der sieht aber auch fettig aus, ne? Totemacher. Der Tote Macher. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Der Tier heilen. Ich kann das nicht angreifen. Mann, was ist denn hier los? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Alles erledigt, sehr schön. Und... Uh. Okay, wieder nicht. Uh. Ein Kraut, ein Kraut. Ja, da ist ein Kraut. Ja, komm, wir greifen uns auch alle anderen auch an. Also, das auch noch mitkriegen hier. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, ich brauche ein Ziel. Und... Ui. Lass du mich mal bitte in Ruhe. Ich möchte nur das Traut mitnehmen. Wenn ihr mich anläuft, das ist eure eigene Schuld. Sehr schön. Und auf geht's. Ich will euer Blut. Du kriegst aber unser Blut nicht. Das ist unser Blut. Oh, noch ein Sternmock, ne? Wo ist er? Oh, ist er weg? Okay. Oh, ein Kraut, ein Kraut. Noch ein Kraut. Schnell, bevor es weg ist. Und noch ein Kraut, schnell. Wir haben fast mit den Kräutern die ganzen Level geschafft. Wenn man es so nimmt. So, dann gehen wir glaube ich die Aufgabe ab. Und es könnte eng werden. Es könnte sehr eng werden. So, ein wunderschönen Tag. Müsst ihr unbedingt mit mir reden? Ja. Stört nächstes Mal wen anders? Ich stehe nur herum? Haha. Na gut. Und jetzt? Ist euch das Pilgern genug? Seid ihr jetzt zufrieden? Laufe ich genug für euren Geschmack? Oh man, die darf mich jetzt schon die Schildkröten. So, ein Sternmock. Na komm her da. Da müssen wir es fast geschafft haben, ne? Da müssen wir fast Level 120 sein. Zack. Ein Speer. Ja, Speer sind nie gut. Die wollen immer gucken, was so passiert. Die müssen auf jeden Fall besiegen. Zack. So, bäm. So, lalalala. Alter, warum stoppte denn nicht? Die wollen uns nicht 120 werden lassen, ne? Die wollen uns nicht Level 120 werden lassen. Boom. Und. Level 100 musste erst etwas anvisieren. Schade. Oh, was schön ist. Nein. So. Noch mal die noch mal auswendig. Oh. Da oben. Da oben. Da glaube ich da lang. Genau. Und eine Aufgabe. Tretet näher und bloß nicht noch schlechte. Na schön geht schon. Ich war so. Ja komm, noch mal schnell die Tote. Und eine Zusatzaufgabe. Ich werde ja nicht mehr. Ich will doch nur die Tote noch machen. Ich sehe schon, wir werden gleich Level 120. So. Na komm, dann töten wir die beiden. Dann muss man es fast geschafft haben. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und zack. Boah, was greift uns in Wagen schon wieder so was? Diese Schleimflücher. Ich brauche ein Ziel. Uh, yeah. Wir haben das, wir haben Level 120 geschafft. Yeah. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen übertrieben, dass ich hierher. Aber wir haben es geschafft. Wir sind Level 120. Und wir sollen natürlich wieder zu Pestrufer. Sehr schön. Dann haben wir das ja geschafft. Da steht es auch nochmal. Es war uns am meisten auf Level 120. Das ist sehr schön. Wir skalieren die E-Mops ja noch mehr, ne? Jetzt skalieren sie noch mehr. Dann würde ich sagen, aber wir sind für diese Folge fertig für das Let's Play. Wir werden auf jeden Fall weiter questen, weil ihr wisst, uns fehlen hier noch echt viele Aufgaben, die wir noch erledigen müssen. Weil ich würde alle Aufgaben erstmal erledigen, bevor es dann irgendwie weitergeht. Den ganzen, das ganze Land müssen wir auch noch machen. Aber ihr seid live dabei, denn ich nehme alles auf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind 120 und es geht bald weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge bei Let's Play WoW mit unserem Hordejäger. Auf Wiedersehen. Tschüss.